Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger. Sie hält Einzug in unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und den öffentlichen Raum. Deshalb ist sie für uns alle von Bedeutung. KI ist eine Schlüsseltechnologie in der digitalen Transformation unserer vernetzten Welt und ein Werkzeug, das uns durch technologische Innovationen unterstützen kann. Aber was genau ist künstliche Intelligenz? Wozu und wie genau wird sie bereits angewendet? Welche Risiken entstehen mit dem Einsatz von KI? Erfahre mehr darüber in den unterschiedlichen Modulen des Online-Kurses Einführung in die KI. Im ersten Modul geht es um die Frage, warum wir uns mit KI beschäftigen und sie aktiv mitgestalten sollten. Wo liegen die Chancen von lernenden Systemen und was sind die Treiber von KI-Technologie heute? Das zweite Modul konzentriert sich auf das maschinelle Lernen und seine Methoden. Diese sind wie ein Werkzeugkasten, der ungeahnte Möglichkeiten bietet. Jedoch ist der Einsatz von KI auch mit Risiken verbunden. Das dritte Modul widmet sich Problemen und Grenzen sowie ethischen Fragen beim Einsatz von KI und beleuchtet Aspekte wie Transparenz, Sicherheit und Robustheit. Im abschließenden Modul wird ein vorsichtiger Blick in die Zukunft geworfen. Welchen Einfluss hat KI auf die großen Herausforderungen unserer Zeit, wie den fortschreitenden Klimawandel, Urbanisierung und den demografischen Wandel? Wie verändert sich unsere Arbeitswelt und unser alltägliches Leben durch den zunehmenden Einsatz von KI-Technologie? Und wie kann ich mich auf eine Zukunft vorbereiten, in der KI immer verbreiteter ist? Du möchtest mehr zu diesen Themen erfahren? Dann melde dich kostenlos direkt auf KI Campus zu diesem Kurs Einführung in die KI an.